Wie ist die Erfahrung gemacht, dass wirklich revolutionäre Ideen sich am Rande einer Organisation wesentlich besser entwickeln lassen? Wenn man wirklich Neues plant und dabei ständig mit dem Bestehenden sich auseinandersetzen muss oder sogar in Konkurrenz treten muss, erzeugt das nur unnötige Reibung und Energieverlust. Und so können sich unsere jungen Mitarbeiter in einer vergleichsweise kleinen Gruppe voll und ganz dem Ziel widmen, das Feuerwehrvorzeug der Zukunft zu bauen. Sie können dabei komplett neue Wege beschreiten, sowohl im Umgang mit Systempartnern, Lieferanten, aber auch auf der Kundenseite. Und sie tragen nebenbei bemerkt die volle Verantwortung für das, was sie tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.